Schaut euch nur die Wachtel an, trippelt aus dem dunklen Tann, tut grad so, als sei sie wär, Wachtel, Wachtel, täuscht sich sehr. Wär sie hunderttausend Russen, hätt den Vatikan zerschussen und vom Papst befreit, ja dann Wachtel, Wachtel, Genghis Khan. Doch die Wachtel ist nur friedlich, rundlich und unendlich niedlich. Sie erweckt nur Sympathie, Weltmacht Wachtel wird sie nie.